Ich bin Lea und das ist mein Bruder Florin. Wir leben in Moldawien, im ärmsten Land Europas. Seit zwei Jahren haben wir fließendes Wasser in unserem Haus. Ein Privileg, das lange nicht alle haben. Früher holten wir immer Wasser vom Brunnen im Dorf, in großen Eimern, zusammen mit Papa. Der wohnt nicht mehr bei uns, weil der Mama immer schlug, als er betrunken war. Unseren kleinen Bruder nahm er mit, als er auszog. Ich frage mich, wie es ihm wohl geht. Das ist ein Problem in unserem Land, der Alkohol und die Gewalt. Aber was kann ich schon dafür? Florin und ich sind meist alleine, weil Mama arbeiten muss. Sie verdient nicht viel, aber es reicht zum Essen. Ich kümmere mich um den ganzen Haushalt, in die Ferien gehen wir nie. Aber das Sommerlager ist das Beste, was wir je erlebt haben. Das Sommerlager ist das Beste, was wir tun. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020